Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Pauli Bridge. Wir gehen in der Kampagne gleich rein und zu der Brücke mit den Trucks. So, dann werden wir jetzt erstmal schnell die Straße überbauen, weil das ist ja das Wichtigste. Das müssen wir auf jeden Fall haben. Und jetzt müssen wir das irgendwie so machen, dass wir eine Brücke rein kriegen. 65.000. In der einen Runde war das ja mit dem Holz. Vielleicht gab es das ja hier auch mit dem Holz. Wer weiß? Und ja, wäre doch nice. Dann kennen wir die Lösung schon. Holz. Holz. Und noch mehr Holz. Upsala. Was ist denn da? So. In der einen Runde war dann alles nochmal so verbunden. Allerdings hat dann auch viel mehr Platz nach unten hin. Allerdings genau das gleiche Budget. Aber ich denke mal, das muss doch eigentlich auch so passen dann. Ich hoffe es. Das sind glaube ich schon fünf Reihen weniger, die ich hier habe, wie bei der anderen Brücke. So. Nee, nee. So. Dann knapp da nochmal schnell ein bisschen Holz rein. Und hier ein bisschen Holz rein. Dann war es mal ein Brücke gewesen, dass wir unten alles nochmal so stabilisiert haben. Über zwei solche Felder. Das machen wir jetzt auch erst einmal hier. Stabilisieren über zwei Felder. Man das auch gleich ein bisschen schöner. Wir haben immer noch Geld. Das ist doch mal nice. Dann können wir das nochmal weitermachen. Jetzt bin ich gerade dran überlegen. Hatte ich die nochmal so verbunden? Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach mal. Ich kann denen nichts schaden. Dann kann ich bitte stehen. Also immer noch so viel Geld. So können wir alles so machen. Ne? So. Upsa Ach wir haben immer noch Geld Okay, dann machen wir mal das Grid raus Schieben das hier ganz an der Wand ran Damit die nicht so hin und her schaukelt Die Brücke und drinnen haben wir Start Ne, Mist Das hat wirklich nur geklappt weil sie nicht so Lang war die Brücke Okay Dann machen wir die weg Die weg Die weg Und die weg Das sind schon mal 4 Stück Wollen wir den Grid rein Ach Menor So So Nice So Nice Jetzt mal den weg Und den weg Aber den auch nochmal weg Und den hier auch nochmal So 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 hier noch mal schnell das dreieck oder die dreiecke und dann machen wir so einen den hier auch wegnehmen über den Oma weg und den Oma weg das ist auch viel Spiderman Muster wie die Brücke zusammengezogen wird das sieht cool aus ja holz da machen wir hier auch nochmal holz rein dann holz rein steigt hier raus ok überlegen also das wird das eine klappt schon mal nicht Mist wäre es so schön um ab zu sein dafür ist die Brücke ein bisschen zu lang jetzt müssen wir uns was überlegen Kabel haben wir nicht wie immer Stahl und Holz Stahl 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 So Nehmen wir wieder ein Grid rein und jetzt probieren wir mal ungefähr die Mitte hiervon zu finden. Jetzt machen wir mal das ganze was ich gerade mit Holz gemacht habe, mit einmal Stahl. Naja ok, werde ich nicht ganz schaffen, bin ja schon pleite. Ah, mein Gott. So, dann brauchen wir den hier weg. Stahl, Stahl. Dann machen wir den hier auch weg. Dann brauchen wir den hier nicht. Und den brauchen wir auch nicht. Den brauchen wir nicht. Und den hier auch nicht. So. Das wird nicht halten, aber... So. So, die müssen eigentlich nur hier ein bisschen die Straße halten. Und... Ja... Das wärs dann. Allerdings bin ich schon wieder über Budget. Aber wir müssen ja erst einmal so rüberkommen, würde ich sagen. Ich komme immer weiter. Stahlträger. Ja. Ich mache das mal so. Oh. Ne, den brauch ich. Den brauch ich nicht. Und den eigentlich auch nicht. Habe ich jetzt nur eigentlich rein gemacht, damit ich die Punkte besser sehe. Zum... Bauen. So. So. Hat aber die Punkte ja jetzt er haben. Hat aber die Punkte ja jetzt er haben. Geschafft. Holz. Da wollte ich hier einmal alles mit dem Punkt befestigen. Und so sieht es dann aus. Mist. Das klappt auch nicht. Das klappt auch nicht. Also bis zur Hälfte bin ich gekommen. Mit über Budget. Okay. Dann gibt es ja nochmal das. Auf wie was. Wie man das unterm Budget machen kann. Hallo erstmal. Ja. 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 Ein runter hier. Und den hier auch. Hallo. Genau. So, jetzt war immer noch nicht, würde ich sagen, aber ich habe nur Dreiecke verkleinert und nichts weiter gemacht, Stahlträger sind unten zusammengebrochen, okay, und was macht man gegen zusammengebrochene Stahlträger, noch mehr Stahlträger, so viel Geld habe ich nicht für noch mehr Stahlträger. Dann machen wir mal so hier, oh, da ist schon ein Holz gebrochen, ach, das war erstmal durchlaufen, so, sieht einfach cool aus, aber hält nicht. Ich möchte jetzt ein Kabelhau und das so befestigen, aber das würde auch nichts bringen. cool Und dann sind Stalträger gebrochen. War ja klar. Und wieder Stalträger gebrochen. Kein Geld mehr. War ja auch klar. Wie kriegt man diese dumme Brücke hin? Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Das ist aber sehr symmetrisch aus. Ob das was bringt? Keine Ahnung. Ich glaube ja nicht. Ich habe bestimmt in der Mitte gleich zusammen. Na, war ja klar. War ja klar. So. Oh, nee. So, der Punkt wird durch die Beine gestützt. Da auch und da da und da da. Da 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 und da da. So. Und da 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 und da da da. Oh, jetzt bricht er da oben schon am Anfang. Wenn schon vom vornherein ein Äpfersack bricht. Das ist ein ganz übles Zeichen. Bricht mir die Stange hier. So, ziehen wir das mal ganz hoch. Oh, das? Oh, das? Oh, das? Oh, das? Oh, das? Oh, das ist ein ganz hoch. 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 Oh, das kannst du auch mal wieder in Holz umändern. den nehmen wir weg und wir ändern den mal hier in einen Stahlträger genau so wie da hinten das kreuz hier auch aus Stahl und das hier natürlich dann auch auch Stahl nicht auch Straße Stahl das sieht ja auch so schön zur Seite ich krieg die Runde nicht hin kein Geld mehr dann Barometer nochmal dann machen wir hier von Stahl auf Holz dann würdest du mal überhaupt nicht halten wenn schuldig mal Stahl hält dann hält es bei Holz erst recht nicht ja der war bestimmt weiter weg hier so und so machen wir hier dann geht es wieder zack 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 bauen wir die Straße wieder vollständig durch und lass den Brück einbrechen überlegen Stahl wenn wir das jetzt immer so machen dann haben wir ein Dreieck weniger so so Das war's. Ich möchte nur durchhaben. Budget ist mir jetzt erstmal egal. Vielleicht krieg ich ja noch nicht mal einen rüber. Okay, wenn einer da drüben ist, sieht er dann bestimmt auch schon drüber. Ah nein, wen wollte ich da nicht hinsetzen? Call money mehr. Warum ich nix money? Wo ist mein Geldgeber? Sohn. 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 Um, ja? So, dann ziehen wir den noch mal alle runter hier, außerdem. Drücken auf den Start, sehen wie es zerbricht und drücken schnell wieder weg. Wir machen jetzt das Grid wieder raus, ziehen alles noch mal richtig runter. Schauen wir uns an, wie weit wir kommen. Da ist das Holzstückchen gebrochen und das müssen wir natürlich gleich weg machen und Stahl dafür rein. Hinten, genau das gleiche. Damit es ja symmetrisch aussieht. Gut. Also, es sieht ja schon ziemlich gut aus. Oh, die Brücke stürzt ein. Jetzt müssen wir noch was finden, wo wir irgendwie, dass wir ein bisschen stabilisieren können. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Das hier ist die Mitte. Stahlbalken rein die eigentlich nichts bringen weil sie da nur sind damit müsste eigentlich die Brücke leichter werden dann machen wir die Brücke nicht mehr dann machen wir alle weg und dann machen wir die Brücke nicht mehr und dann machen wir die Brücke nicht mehr dann machen wir auch noch kein Brücke dann machen wir das so schön Ich brauche nochmal hier so ein bisschen Holz mäßig, weil das sieht ja schön aus. Den Stallträger weg und den hier weg und den hier weg und den hier natürlich auch. Dann setzen die auch nochmal. Schön diese Spiderman Form rein. Ich mag sie jetzt immer teurer. Obwohl ich jetzt Holz benutze. Ja. Ok, das wird ja hier. Wie soll es sein? Ich glaube jetzt war es da hier hinten. Jetzt war es hier irgendeiner. Na ja, sorry Leute, ich mache jetzt erstmal hier Feierabend. Ich glaube heute habe ich nicht eine Brücke fertig gehabt, wa? Nee, ich ging bei der Brücke fest. Also beim nächsten Mal, ich probiere jetzt noch ein paar Stunden weiter die Brücke. Und beim nächsten Mal, werdet ihr sehen, wie ich sie gemeistert oder nicht gemeistert habe. Vielleicht überspringe ich sie. Genau, ich überspringe sie. Das wie bei den anderen auch. Und zeige euch beim nächsten Mal diese Brücke. Fangen alle gleichseitig los? Nein, fahren sie nicht. Erst eins, zwei. Straßenumbertritt. Ah, ok. Ich sehe das Problem. Gut. Also dann, ich würde mich freuen, wenn ihr überhaupt nicht so wieder dabei seid. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.